Heiratswillige lassen sich den schönsten Tag des Lebens betreffend gern inspirieren. Ein idealer Platz sind Hochzeitsmessen, von denen es in der Region einige gibt. Von der Hochzeitseinladung über Brautkleider, Trauringe, Hochzeitstorte und Streuße bis hin zum Weddingplaner mit einem Rundum-Säuglos-Paket haben Aussteller so ziemlich alles im Angebot, was sich Heiratswillige Verliebte wünschen. Am vergangenen Wochenende hatte die Hochzeitsmesse Schwarzenberg und die Messe Heiraten und Feiern Chemnitz eingeladen. Von letzterer berichten wir ab kommenden Sonnabend in ERZ-TV das Magazin. Natürlich ist auch die Braut- und Festmodenschau mit dabei.